Was ist los, Robert? Thomas, ist das bei dir los? Weichte, glaube ich. Ne. Was? Der will's wissen, du. Da gibt's was. Du schätzt das so gerne? Für meine oder für deine? Deine. 25? Wollte ich auch gerade sagen. Männer, ihr seid gut. Doppel-Hallwur-Dreh. Ja! Einen kriegen wir davon auf jeden Fall. Ja. Kleiner zu größer, Robert. Sehr schön, sehr schön. So gefällt uns das. Das ist sehr schön. Ich auch, du. Bernd! Und du machst den Gaff-Man? Ja. Willst du den filmen? Ich denke, ich will den filmen. Wenn ich den filmen mache. Weil ich nicht verletzt werde. Okay, es funktioniert. Es funktioniert. Ja. Wer kommt erst? Thomas. Thomas. So I have to film Thomas as well, here. Da kommt er. Da kommt er. Lou Stuck. Huch. Ich habe das noch einen Zip. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wo ist es? Der andere Glas? Das ist gut. Wo ist es? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, ganz ruhig. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ein großer Scherz. Die große Scherz. Okay? Hier geht's. Be careful. Ja. Heavy? Heavy. Cool, Robert. Langsam, langsam, langsam. Forty. Forty? Forty. To fifty. Oh. I think. Yeah. Jesus. Uh. Come, scho. Cooler than that. Yeah. Not so bad, Kipper. No. Shit. So we have... Why do you have to take two halibets at the same time? It makes... We... We have to get stressed. I don't know. Yeah. Okay. One moment. One moment. One moment. One moment. Come. Okay. Do you want to film, Thomas? I could. Yeah. Because I think you've managed this much better than me. Oh, here it comes. Oh, here it comes. What was that? Oh. Yeah. Yes. Yeah. Really the same size as I mean. Yes. I win. Come on. Oh. Really? Was ist das für crazy Fishing hier? Okay, Thomas, sagen wir mal was! Oh geil! Erzähl! Räuberjig, Seelachs, Topköder Fishing! Sehr gut, das ist gut so! Ja, super! Ja, super!